Also, ich stehe uns hier oben im Moment an und hoffe, es ist ein volllösener Wald, dafür, dass er erhalten bleibt, denn es wird ja ein paar Sinn im Bereich der Hafenerweiterung sozusagen, soll denn im Jahre 20, 21 oder 22 geräumt werden. Und die Frage ist einfach, im Moment ist uns der Zugang verbunden worden aufgrund der Besetzung. Ich würde einfach ganz gerne wissen, können Sie vielleicht dafür wieder sorgen, dass Schüler, Menschen diesen Wald wieder betreten können oder haben Sie überhaupt keine Möglichkeit? Ich glaube, der Vollhöfenarbeit ist ein ganz gutes Beispiel, wie sich Dinge geändert haben. Also, in der Tat war das vor fünf Jahren, als wir wieder SPD verhandelt haben, war das eine Forderung der Hafenwirtschaft, ihn zu fehlen und dort eben den Hafenarbeitern zu betreiben. Und sie haben uns dann drüben setzen können, das zu verhindern. Ich glaube, es ist ein Beschluss, das zu verändern. Und jetzt hat die Hafenwirtschaft fünf Jahre lang überhaupt nichts gemacht und die Hafenbehörde. Und insofern glauben wir, dass jetzt auch die Zeit gekommen ist, diese Entscheidung zurückzunehmen und zu sagen, also in Zeitung des Klimawandels und wenn man wirklich was tun will, braucht man eigentlich mehr Wälder und dann müsste man erst mal anfangen, vorhandene Wälder nicht zu boden. Und darum haben wir ja auch klar gesagt, dass wir nach der nächsten Wahl diese Entscheidung korrigieren wollen und den Vollhöfenarbeit erhalten wollen. Wenn Sie es wagen, wenn Sie es mitbekommen haben, haben es da jetzt die unterschiedliche Auffassung. Wir hätten jetzt gerne noch mit den Besetzern verhandelt oder ich war in Kontakt mit den Besetzern, um auch mit ihnen zu reden, dass Sie da gar nicht auf den Baum knettert müssen, weil bis zum nächsten Mal das wird ja nichts. Unsere Kollegen von der SPD haben eben das Prinzip, dass wir sagen, aber Sie wollen sofort räumen. Darum haben Sie sofort geräumt. Ich finde das falsch. Aber das ist die Verantwortung des Innensenators. Hier ist die Polizei zuständig. Da kann ich wirklich einreden. Wir haben versucht, ihn zu überzeugen, da andersrum zu sehen. Das ist bisher nicht gelungen. Also insofern kann das sein, dass jetzt in den nächsten Wochen eben die Eigentümerinnen, die Handgehörde darauf bestehen, dass eben dieser Wahl sich betreten würde. Dann hat die Polizei auch die Pflicht, das durchzusetzen. Da wird man, glaube ich, eine andere politische Mehrheit im Senat brauchen, um das in Zukunft zu ändern. Und unsere jetzige Bedingungen kann ich da haben. Also wir haben das versucht und das ist auch nicht gelungen. Und unsere jetzige Bedingungen kann ich da haben.